Dieser wird manchmal auch Produktansatz genannt. Warum? Wirst du gleich sehen. Diese Methode eignet sich für partielle Differenzialgleichungen beliebiger Ordnung. Diese Lösungsmethode dient quasi nur dazu, eine partielle DGL in mehrere gewöhnliche Differenzialgleichungen zu verwandeln und diese dann mit anderen Methoden zu lösen. Schauen wir uns diese Methode am besten direkt an einem Beispiel an. Hier siehst du die eindimensionalen Wellengleichungen für das elektrische Feld. Die gesuchte Funktion ist das elektrische Feld e. Dieses hängt von x und von t ab, also genau von zwei Variablen. Da die gesuchte Funktion von zwei Variablen abhängt und ihre Ableitungen in der DGL vorkommen, handelt es sich um eine partielle Differenzialgleichung. Wie gehen wir nun vor? Hier machen wir einen Produktansatz für die gesuchte Lösung e. e ist gleich r von x mal u von t. Wir nehmen quasi an, dass die gesuchte Lösung e sich in ein Produkt von zwei Funktionen r und u aufspalten lässt. Die eine Funktion r hängt dabei nur von x ab und die andere Funktion u hängt nur von t ab. In der Wellengleichung kommt die zweite Ableitung von e nach der Zeit und nach dem Ort vor. Das heißt, wir müssen unseren Produktansatz zuerst ableiten. Die Ableitung des Produktansatzes nach x ergibt u mal die zweite Ableitung von r nach x. Warum? Weil u unabhängig von x ist und somit in der Ableitung wie eine Konstante ist. Bei der Ableitung des Produkts nach der Zeit t dagegen ist die Funktion r eine Konstante, weil sie nicht von t abhängt. Das Ziel ist es nun alles, was von x abhängt, von dem zu trennen, was von t abhängt. Dazu teilen wir diese Degel durch das Produkt r mal u. Dadurch haben wir erreicht, dass alles, was von x abhängt, auf der linken Seite steht und das, was von t abhängt, alles auf der rechten Seite steht. Wenn du es schaffst, eine partielle Differenzialgleichung so zu separieren, dann war der Separationsansatz erfolgreich. Jetzt können wir x auf der linken Seite variieren, ohne dass sich die rechte Seite verändert, da auf der rechten Seite ja kein x vorkommt. Das gleiche gilt für die Zeit t. Wenn wir die Zeit auf der rechten Seite verändern, bleibt die linke Seite unverändert, da dort keine Zeit t vorkommt. Setzen wir also die linke und die rechte Seite einer konstanten k gleich. Damit haben wir eine partielle Differenzialgleichung in zwei gewöhnliche Differenzialgleichungen umgewandelt. Die eine Differenzialgleichung hängt nur von x ab und die andere Differenzialgleichung hängt nur von t ab. Die beiden Differenzialgleichungen sind nicht mal gekoppelt. Du kannst sie also unabhängig voneinander lösen und die Lösungen dann nach dem Produktansatz miteinander multiplizieren, um die Lösung der partiellen Differenzialgleichung zu erhalten. Diese beiden gewöhnlichen Differenzialgleichungen kannst du mit dem zuvor kennengelernten Exponentialansatz lösen. Differenzialgleichung 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 Differenzialgleichung